Ja Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Battlefield 5. Alter, wie er die Waffe hebt. Los geht's. So, hier an der Straßenbahn lang. Kann man damit fahren? Oh, von rechts wird schon geschossen. Echt? Was schießen die denn schon? Die kommen jetzt alle aus der Luft, glaube ich. Nee, die waren das normal. Die kommen aus der Luft, die, oder? Nee, geht nicht. Die machen mich nervös mit ihrem Geball ab. So, weiter geht's. Der Kalle schreit hier rum. Wir müssen jetzt links... Ist die Mucke grad bei dir? Man, bei mir nicht, Allah. Links, wir müssen da links, Kalle. Achso. Der hat mich mal gerade so fasziniert. Sorry. Ich lasse mich gerade richtig mitreißen. Wir haben unseren ersten Soldaten verloren. Ja, scheiß auf den. Weiter geht's. So, jetzt müsste ein Gegner kommen. Links, pass auf. Siehst du, ich nehme da gerade B ein. Drücke vor. Hier, lass mal rechts rüber. Da ist so eine... Scheiße, wurde schon getroffen hier. Oh, ich werde auch schon eingeschossen. Aufpassen, Max. Oh, fuck. Von links. Mach mal ein bisschen Dampf. Oh, neben dir ist einer. Glaube ich. Da war so eine komische Markierung. Alter. Wie hat er das gemacht? Oh, direkt vor mir. Scheiße. Meinte ich ja. Wie hat der das denn gemacht? Woher wusste... Ich spawne mal bei Rocky, wa? Die fährt ein schnelles Auto. Ja, ich spawne bei dir, ne? Ne, was ist das? Bin ich bei dir? Okay, ich spawne bei Rocky. Bin jetzt genau hinter dir. Oh, ihr licht ja nicht so viel rum. Muss auch, da drin ist einer. Boom. Alter, ja, alles. Jo, hab ich getroffen? Boah. Ey, oben, oben, oben. Da ist ein Reinsturm. Alter. Wo ist er denn? Ja, der hat da eine MP, Allah. Jetzt ist er aber mal down. Hallo, Sanitäter? Kannst du mich mal hochholen jetzt? Ja, da lag noch ein anderer auf dir drauf. Sorry, Allah. Stech mich halt ab. Müssen wir das Haus erst sichern, Allah. Ja. Dora ist sicher. Ohne unten? Ja. Boah, das mit den Holz entfliegt geil. Hier, Rotterdam ist GG. Ich hab keinen Bock, dass unten jetzt einer reinkommt und ich das nicht seh oder so. So, nehmen wir jetzt hier C ein. Ja. Ja. Ist kein Gegner mehr. Da war halt noch einer. Da war halt noch einer. Ja, ja, der ist weggekommen. Die Ponds, Alter. Ja, ja, ein bisschen regnen hier, die Ponds, Alter. Können halt hier, das Problem ist bei C, die können von überall rein kommen. Oh, die sind in dem Haus, die sind in dem Haus, aus, 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 aus. Warte, hab ich, hab ich, hab ich. Alter, das Haus ist aber gleich noch weg. Ja, gut. Oh, hier oben. Ui, 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 aua. Oben drin, oder was? Glaub schon. Echt? Hauptsache, ich schmeiß das erste, erste Pack woanders hin. Lol. Nimm das doch mal selber. Äh, Kalle, kommst du, kommst du mit? Bist du hin? Äh, ich würde Richtung D jetzt. Guck mal, da vorne sind schon welche. Ja, ja. Wenn ihr jetzt gleich um die Ecke kommt. Ich geb hier nochmal die alte drauf. Private. So, jetzt links. Hier lang. Aber hier ist übel gefährlich und unbelohnt. Ja, okay. Ich renn schon mal rein. Richtung D jetzt. Ja, ich komme. Ich bin genau hinter dir. Geil. Hier, hier ist halt echt gefährlich, Mann. Gefährlich hier, ne? Hier ist gefährlich. Ich würde sagen, sieht ziemlich gefährlich aus. Warte, ich muss mal eben was machen. Was denn jetzt? Was ist denn da? Brücke zerstören. Weiter geht's. Weiter geht's, los. Wie geil. Schnell. Krass, liebe ich ja. Wenn wir uns Sachen kaputt machen können. Rüber. Zack. Parcours. Ich bin genau hinter dir, Allah. Geil. Rein in den Laden. Also, punktetechnisch regnet es bei uns. Aber wir haben noch keinen gekillt, Allah. Oh, irgendwer ist hier drauf. Ich habe schon einen gekillt. Irgendwer ist hier drauf. Ja. Oh, bei hier. Oh, jo, 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 jo. Wer drängt, 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 drängt. Hä? Wo kommt der denn her? Alter, dieses Game. Ich nehme jetzt eine MP. Chill mal, chill mal, chill mal, chill mal, bitte. Chill mal. Okay. Mach mal einen Chiller. Ja, hol mich doch hoch. Ja, ich bin doch. Nee, die Waffe ist auf der Map nicht gut. Ich muss ja eine MP nehmen oder so. Ja, so ein Selbstlader, der ist richtig geil. Hä, den habe ich. Ich brauche jetzt eher so einen, ich nehme jetzt Sunny. Nee, den gibt es auch, den gibt es auch mit so Bop, Bop, Bop. Sunny und dann die ZK. Fühlt ziemlich kräftig. Lass einfach C halten. Wenn man C hält, ist man Babot. So, wo bin ich da? Wir verlieren 10 Cäsar. Wir verlieren 10 Cäsar. Oh man. Hab einen. Du wirst es weit bringen, Alter. Na, du nicht. So, weiter geht's. Weiter geht's. Aua. Boah, wenn du hier runterjumpst. Ne? Boah, richtig geil. Aua, aua, aua. Wir wurden halt richtig beschossen, aber wir haben so... Wir haben halt keinen Aim. Hollywood-mäßig sind wir einfach... Jo. Aber wo sind die denn? Oh, hier geht es nicht höher. Also hier liegt so... Lass auf den Platz. Ich habe... C wird eingenommen. Wir wurden doch hier gerade beschossen. C wird eingenommen. Und da sind ultra viele Leute drauf. Ja, ich sehe einen gerade. Hab einen. Oh, scheiße. Könntest du zur Seite krabbeln oder so? Ich bin tot. Ja, gut. Ja, okay. Ich dachte, man kann in dem Zustand wenigstens noch krabbeln oder so. Ach so, nee. Ach, das meinst du. Nee, nee, kann man nicht. Ja, ja. Aber siehste, C ist halt so wichtig. Wir spawnen einfach bei Rocky Kaktor, Alter. Bei Böbens. Bei Böbens, Alter. Hab ich, hab ich, hab ich. Alter, die Fresse. Wollt ihr hier rum? Fuck, fuck, fuck. Oben im Haus. Geil. Ja, warte. Der liegt da. Ja, aber ich bin safe. Bin safe hier. Sanitäter. Ich kapiere hier noch. Geil. So, der ist oben im Haus irgendwo. Komm doch her. Zack, hab ihn. Hast du ihn? Ja, ich hab ihn. Alter, geknallt. Jetzt richtig geknallt. Nein, aber noch einer. Ein Stück höher. Mit dem G hier. Nice. Gib ihm. Ah, fick mich. Oh, Kalle, du musst doch mal einen 1-1er gewinnen. Alter, ich hab eben einen 1-2er gewonnen. Ist wichtig. Oh, ich hatte abgehört. Der holte mich. Ich spawn bei Grobi. Nö, machst du nicht. Doch, shit. Bitte. Der ist ja immer noch da. Ey, der Grobi, scheiße wie Lena. Grobi, darf ich jetzt? Der brennt. Grobi brennt. Ne, ich sag, er stirbt. Der ist Feuer und Flamme für seinen Beruf. Der rennt halt wieder in die Flamme rein, Alter. Jetzt ist er weg, Alter. So, jetzt haben wir nur noch. Ey, kein Wunder, dass wir die ganze Zeit verlieren, Anna. Ja, es ist halt. Unser Team ist halt wirklich schlecht. Keinen richtigen Soldiers. Komm, wir rennen mal außenrum zu A. Okay. Alter, wo war das denn? Das ist hier durch den Gang hier, ne? Wie kann ich nochmal die Scheiße werfen? Ich dachte auf drei. Geht doch. Kalle, wo bist du? Ich bin noch ein Stückchen weiter hinter dir. Wir bauen halt so einen Panzer, ey. Dann ist geil. Oh, 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 oh. Vorsicht, Obacht. Boah, Alter. Du lebst noch, ne? Alter, das war nichts mehr. Ich bin die Brücke runtergesprungen, um in Deckung zu kommen. Oh, Mann. Bist du tot? Nee, aber ich werde hier beschossen ohne Ende. Ich bin da. LOL. Alter. Alter, wie der weggeflattert ist. Hab ich die aus dem Leben geliebt. Zack. Jetzt vorrücken. Warte, jetzt kann ich auch. Ah. Der schießt einfach durch den Rauch. Boah, weiß der denn auch, was der schießen muss, Alter? Weiß ich auch nicht. Ist doch dunkel für ihn. Ist er tot? Nee, nee, der lebt safe noch. Ich bin übel ready, den abzuholen. Hä? Der will mich so verarschen. Als ob die durch diesen... Hä? Von hinten, von hinten, von hinten. Genau da, wo du eben drin warst. Fuck! Ah, Mann. Alter. Mann, ist in Rotterdam einfach nicht sicher. Oh, warte mal, der holt mich. Robi? Kalle, ich lieg hier. Wenn du mich smokest, kannst du mich hochholen. Ja, ja, warte mal, warte mal. Gut, dann ohne Smoke, oder hast du? Hab ich nicht mehr, ist alle. Lass dir mal irgendwie zu C einnehmen. Oh, vor uns. Scheiße. Hat getroffen, aber nicht getötigt. Oh, oh, oh! Alter! Alter, dein Helm! Kannst du mich nochmal holen? Jo. Das war ich nicht. Oh, Alter! Granaten! Oh, Mann, ey. Robi ist immer noch im Haus. Ja, das ist hier natürlich ein bisschen... Ich meine, ich bin richtig kacke und ich bin der Drittbeste in dem Team. Ja, Tito. Kann ja irgendwie nicht sein. Also, nicht Drittbeste, aber... Ja, ja, also... Oh, das Visier ist aber hier echt eklig. So, den haben wir. Oh, und der holt mich direkt in Refrag, ey. Oh, das ist nicht schlimm. Robi, komm! Hol mich ab! Robi! Wow! Wer snipet denn auf der Map? Das ist doch dumm. Ja, Blut. Robi, haut ab, ey. Wir bräuchten ein Einsatzfahrzeug, mit dem wir richtig aufräumen. Aber irgendwie... Ich hab das Gefühl, die Panzer nehmen die ganze Zeit irgendwie Vollnoobs, weil da passiert einfach gar nichts. Ähm, wir können B-deffen und versuchen zu A mal zu... Ja, ne, warte, bist du gerade... Ja, lass mal auf B spawnen. Ich komm mal mit. Alter, schön auf dem Segel, auf der Yacht. Jo, vor mir wird geballert, die wollen wahrscheinlich B einnehmen jetzt. Komm, wir flanken die jetzt. Bist du bei mir? Ja. Geil. Oh, ich hab einen Panzer. Genau, du. Fuck. In Deckung. Ich komm nicht ins Haus, ich komm nicht ins Haus. Leertaste, Leertaste. Nicht, dass der uns sieht. Was machen wir denn jetzt? Das sind noch ein paar... Ja, hier vorne. Ja, aber jetzt weiß der, wo wir sind. Ja, ich weiß... Aber ich hab ihn, ja, ich bin tot. Der ist super low, aber ich bin tot. Kannst du mich hochholen? Danke. Ja, ich hab nichts gegen den Panzer. Ich hab Medikamente für dich. Muss ich mal eben chillen hier hin, warte mal, dass wir einen heilen. Der ist hier in der Stube! Was? Alter! Da sind zwei Panzer? Ich hol dich einfach ab. Jo. Aber du fisch nicht. Wir brauchen auch einen. Ja, ich weiß, dass das eine tödliche Wunde ist. Kann ich jetzt respawn? Ey, ohne Witz kann doch nicht sein, dass... Wo sind denn unsere Panzer? Was machen die? Nichts! Wir haben keinen... Doch, wir haben... Nee, wir haben keinen. Müssen wir dafür D einnehmen oder E oder so, dass ein Panzer spawnt? Also wir haben legit gerade nichts. Doch! In der Base! Da sind so zwei Buggies oder so. Nee. Ganz rechts? Lass mal... Spawn mal auf mir drauf. Wir versuchen nochmal C zu holen. Wow! Das war... Nicht cool. Der knallt die ganze Zeit. Die ganze Nacht. Was geht... Alter! Hier in dem Haus, wo ich gestorben bin. Oben drin. Ganz oben? Oben rechts. Nee, erste Etage rechts. Hä? Ach, da geht's rein! Ja! Ich dachte, es wäre so ein Haus nur mit dem Treppenhaus, Allah. Nee, nee, da war so ein Zimmer, Allah. Hat der da ne Schrot? Jo, irgendwie gut. Ich spiel's auch Schrot. Oh, Mann. Wobei... Schrot war halt richtig Bastard im Battlefield 1. Ich weiß gar nicht, welche Klasse hier... Schrot hat. Ja, Sniper wohl kaum. Ach, egal. Ich bleib einfach hier, weil... Wir wollen A einnehmen. Ja, lass mal A spawnen. Ist A spawnen. A ist rein. Wo sind die denn? So, ich bin bei dir. Du lieber Himmel! Oh! Hier knallt er direkt wieder los, ne? Ja, ja, hier ist Krieg. Es ist Krieg hier, wirklich. Alter, was machst du denn so eine Stunde da unten? Ich drehe mich einmal um, auf einmal bist du runter. Was ist denn hier los, Allah? Hast du gesprungen? Ja. Nee, hier ist ne Treppe. Will der mich wieder verarschen? Hier sind überall Gegner, ne? Ich hab einen, ich hab einen, ich hab einen. Kriegst du mit? In welche Richtung guckst du da? Da hinten ist nichts, ne? Ja, ich hab den gerade weggelöscht. So, wir können weiter. Zu B. Lass mal B. Da waren zwei Panzer, ey. Überbelohnt. Lass die mal flanken. Da hinten wird gefeiert und wir flängen die hier. Ja. Ja. Oha, ich wurde beschossen, ich wurde beschossen. Oh, ich auch, von hinten. Aber der ist halt echt zu blöde. Wir müssen auch holen. Ja, der ist jetzt genau unter der Brücke. Hab ihn einmal getroffen. Okay, ich flanke ihn. Alter. Bist du tot? Nee, noch nicht. Hab ihn. Ist da noch einer? Oder locker noch mehr? Jo. Jetzt schön von hinten. Ist er auch weg? Oh, jetzt wurde ich wieder von hinten abgeschossen. Ja, ich auch. Also, es ist halt... Arschlöcher. Oh, ich werde den Vogt geholt. Und? Ja, ich hab jetzt mal gesmogt. Das ist mir zu doof. Das Ding ist, ich hab eine MP, die halt auch eine MG ist. Die hat ein Zweibein. Als MP. Übel, witzig und belohnend. Krass, oder? Ja. Lass uns mal zu B. Ich hab keinen Bock auf dieses Geficke hier. Ja, auf B ist das... Äh, 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 äh. Wir müssen mit C, oder? Hä? Von wo? Down? Nein, nein, nein. Hier bei mir ist ein Gegner. Hier kommt ein Tiger. Wie kann man sich legen? Lehnen? Lehnen? Oder lehnen? Lehnen. Ah, da kommt ein Panzer. Wir müssen weg, wir müssen weg! Weg, 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 Kalle! Oh, ohne Witz. Oh, von der Brücke, von der Brücke. Von der Brücke? Jo, vor uns ist ne Brücke. Was so? Scheiß drauf. Ich hol dich hoch. Jetzt aber eine Deckung. Panzer! Oh Gott! Ja, meinte ich ja. Nee, Valentine war das. Alter, hier überall, Leute! Das ist halt echt... Das ist halt echt übel, der Kackplatz, Alter. Vor allem, gefühlt haben nur die Gegner Panzer. Ich hab nur nicht einmal irgendein Fahrzeug von uns gesehen. Ja. Oh, jetzt Rocky. Da ist ein Panzer, geil, lass rein. Wenn wir den gut durchreparieren... Jo, hier sind jetzt zwei Panzer. Und die deutschen Panzer sollen ja besonders gut sein. So, also ich hock drin. Und notfalls steig ich aus und repariere den. Ich bin in so einem Ding oben drin. Ja, mit Steuerung kannst du dich ducken. Dann wirst du nicht rausgesnipen. Alter, ich hab hier sowieso, also... Boah, Alter. Oh, da hinten bei B, da sind sie. Das ist so ein Granatenwerfer hier. Ja. Wie kommen die nicht so weit? Oh, ja, oh, da haben wir noch was schlagen. Ja, haben wir einen. Da vorne ist ein Panzer jetzt direkt. Vor uns. Oh, jo. Der haut aber ab. Ja, aber da müssen wir hinterher. Oh, hier vorne, 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 im Haus, im Haus. Ich sehe halt zu den Seiten, ich sehe nur gerade aus. Okay. Den müsst, wenn, dann du wegmachen. Oh, ich hab hier... Jo, ich hab eine Granate gekriegt. Schießt du Granaten? Jo, ich hab eine Granatenwerfer in der Hand hier. Was macht der denn? Schütze links F4. Repariert der jetzt? Na, repariere ich auch mal. Kann ich den reparieren? BT, oder? Nee, warte mal. Ging das? Nee, das können nur die Dingens, ne? Die, die, die Mechaniker können das. Okay. Klett euch wieder ein, Alter. Aber der ist... Aber der ist halt so am Arsch, das... Warum fährt der hier rum? Warum fährt der hier rum? Eidon randelt. Ja, weil B immer noch nicht eingenommen ist. Ja, ich weiß, aber generell... Nimm die Latsche eine mit. Alter, die Bahn musst du nicht. Alter, was macht der denn hier? In Rotterdam leben Menschen. Die wollen Streisverkehr. Oh, hier vorab, hier vorab, hier vorab. Wow. Okay. In dem Haus. Ich steig aus und hol den so. Ich hol den so. Lass mal hoch. Komm auch mit. Darauf ist er jetzt nicht gefasst. Sicherlich nicht. Hab ihn. Im Haus hier war noch einer. Ja. Geil. Ja, die haben wir... Alter, das war ein Zugriff. Jeder ein. Ja. Müssen die nur aufpassen. Die ist hier bestimmt oben noch einer drinnen oder so. Wollen wir da oben mal lauern? Ja, ja. Ich bin schon oben drin. Das wirkt für mich wie ein... Köstliches Manöver. Boah, wir nehmen den Punkt ein. Das ist sehr gut. Ach, das ist so ein Jagdpanzer. Jetzt reile ich. Hier ist irgendwo einer. Hier ist irgendwo einer. Oba. Jo, zwei. Und wo wird denn er abgeschab... Der Panzer ist unserer. Ja, ja, aber der wird gerade abgeballert. Ich reile nur nicht von wo. Ich rede ihn halt nicht, ne? Ich glaube, hier unten in der Gasse. Oh, scheiße. Muss der nicht in dem Haus sein? Was ist der denn? Ah. Oh, ich höre mich. Oh ja, hier an der Seite, an der Seite. Er ist drin, der ist oben drin. Der ist oben drin. Oben? Ja, 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 ja. Da rein. Hä? Ist runtergesprochen? Muss er ja. Sicher, da ist der oben drin. Oh, er kommt hoch. Er ist jetzt oben. In der Ecke. In der Ecke. Jo, nice. Nee, ist noch nicht tot. Der ist rot. Oh, Alter, hast du ihn weggemacht, Alter. Ja, ja, ja. Sehr gut. Hier, für dich. Danke. Oh, ich sehe einen. Oh, hier von der Seite links. Von der Seite links. Ja, zwei. Alter. Da ist noch einer. Ja, ja, Alter, habe ich die weggeholt. Die habe ich komplett. Die wollten da. Ey, irgendwer schiebt mich hier nach vorne. Ey. Hä? Nee, du stehst an der Wand. Du liegst an der Wand. An der Wand? Ja. Oh, kommt hier weh, Treppe? Nee. Man kann hier auch so auf dem Fenster sims hocken. Oh, scheiße. Alter, Rocky. Ach, da hinten kommt der Platz. Oh, hier von der anderen Seite. Von der anderen Seite. Okay. Boah. Alter, ihr knallt es. Hat mich erschreckt. Von wo denn? Ja, genau von der anderen Seite. Ja, aber wo? Da markier doch mal. Ja, ist tot. Ist egal. Markier doch mal. Ist tot. Na gut. Sicher? Ja, hat sich nicht weggemacht. Wir halten das gut. Das bringt uns übel viel. Ja. Quasi. Oh, das ist ja mit erst mal positive Stats, Alter. Ja? Ja, aber... Oh, da kommt... Ist das unserer? Ja, ist unserer. Ja, wollen wir zu C? Ich glaube... Nee, die kommen ja immer noch. Die wollen immer noch auf den Schnauzen. Ich werde hier krass beschossen. Die haben hier vorne. Alter. Ja. Oh, der hat mich. Der hat aber nichts. Alter, der hat 99 Hitpoints bekommen. Der hat noch 1 HP. Das sind Punkte, ne? Nicht schaden. Wo bist du denn? Oben? Nee, ich flieg hier außen. Außen. Nein, ich bin tot. Falle ich nicht wo. Sorry. Ach, da. Sind wir bei dir? Die sind ja alle down. Hm. Fuck. Alter, einleben. Belastend. Ich will nach Hause. Alter. Ich sehe nichts. Oh! Scheiße. Mit einer Schrot? Oh, nee. Nein, der liegt da unten. Unterm, unterm Bollerwagen. Grobi, pass auf, hinter dir. Alter, ist das ein Loser. Sorry. Wir müssen schnell bei Ws wohnen. Wir dürfen nicht verlieren den Laden. Aber haben wir lange gehalten den Laden. Die MP, die von den, von der aktuellen Tides of War, von Kapitel 2 ist halt echt sweet. Was ist los, Alter? Was ist los? Ich geh weggeknipst ab, ey. Wird nochmal eine schöne Fassrolle gemacht, dein Name, ey. Okay, wollen wir hier halten oder wollen wir weiter? Wow, wow, wow. Wo bist du, wo bist du? Oh, der wird richtig invasiert, Alter. Die sind hier richtig drin schon. Einer ist hier nach oben drin. Oben? Oben war ich. Oben, 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 oben. Hab den oben. Der oben ist weg. Der oben ist weg. Der oben ist weg. Nur der, der ist rechts. Jetzt, wo stammt. Alter, ihr Paner, der ist kaputt. Alter! Wer knallt denn hier in die Stube? Alter, das war eine Sekunde ruhig. Auf einmal kommen da so fünf Leute angerannt. Wir spawnen einfach direkt neu. Wir lassen nicht locker. Yo, hier ist ein Panzer. Der hat da reingeknallt. Weiß ich jetzt. Weil die, das Ding ist. Ich muss leider rein und versuchen, die zu töten, weil ansonsten kriegen die den Punkt. Scheiße. Weil der Panzer blockt. Ja, mit dem Panzer. Also ich hab jetzt gerade drei abgeholt. Ich hab halt leider nix sprengen bei Aris, weil ohne Sprengscheiße. Ich hab jetzt vier abgeholt. Ja, der Panzer muss weg. Der Panzer. Ich nehm jetzt Sturmsoldat, Kalle. Und dann spawne ich bei dir. Und dann bombe ich den da weg. Ich hab hier, ich gerade, ich bin gerade, ich hab hier ganz viele Leute getroffen. Scheiße! Ach, mit der hab ich ja voll. Der Godfather, ey. Du kannst bei mir spawnen. Ich leg mich hier hin. Warte, ich bin noch hinter dir, oder? Ach so. Okay. Hab ich noch einmal getroffen? Oben sind schon wieder drei Leute drin. Hab den Panzer getroffen. Nein! Ich hab ihn zweimal TNT reingemacht. Der hat ganz wenig Leben. Ganz wenig. Nice! Okay, ich respawn einfach schnell. Scheiß drauf. Scheiß auf Stats. Keiner will sich mal hochholen lassen, weil der dann... Schön ist den Kali. Hab zwei geholt. Kobi, wo bist du? Der hockt einfach unten und hat zugeschaut. So, ich hab jetzt wieder den Laden. Hast du den? Der gemacht. Aber einer ist hier noch. Hier ist noch einer irgendwo. Ja. Und wo ist hier noch einer? Ach so, ja generell. Ja. Hast recht. Oh, jetzt geht's aber killtechnisch auch mal hier los, ey. Wo ist er denn? Mitten auf dem Platz. Ich glaube, er ist weg. Oder? Merkst du halt direkt, dass du besser wirst in dem Game. Ja. Ja. Ja, und vor allem auch mal nicht immer nur einfach nur rennen, rennen, sondern auch mal einen Punkt halten. Ja, ja. So, klar, wir verlieren halt trotzdem, weil unser Team halt leider dahingehend... Der hat nicht so gut ist. Jo, da hinten kommen zwei. Oh. Oh. Oh, das war die V1. What the fuck? Jo. Alter. Der hat mich komplett weggekrimpst. Jo. Das können nur Squadlighter einsetzen. Warte, lass direkt wieder B-spawnen. Da hab ich zwei anderen sehen. Ich weiß, wo wir sind. Die sind am Ufer, am Wasser. Okay. Da irgendwo. Hier, rennt einer hoch. Hintere Treppe, hintere Treppe. Der kämpft da. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Ja. Ja, am Wasser ist aber echt noch einer. Ja, ja. Alter, aber die knallt es auch die ganze Zeit rein. Geil, geil. Macht Spaß, wirklich. Das ist die Message. Ist er hier, ist er jetzt mal am Wasser weg, Anna? Ja, ich sehe keinen mehr. Alter, du sollst nicht rüber rutschen. Auf der Straße, auf der Straße. Wo? Ey, wer kämpft da? Was für ein Loser muss... Nee, komm nicht. Was für ein Loser musst du sein, um da im Gang einfach mit einer MG mit Standbein zu campen. Ist doch so lame auch. Kann ich spawnen bei dir, Alter? Ja. Ich würde mal sagen, wir können uns langsam an den D immer rantasten. Ja, aber das Ding ist, ohne uns fällt halt B-Instant. Du hast so gesehen, wie der Laden ohne uns da läuft. Ja, aber wenn wir hier die Flanke kontrollieren, dann ist es nicht. Ja, aber die kommen ja meistens auch immer von hinten. Meistens immer. Meistens immer. Vom Wasser, oder? Ja, nee, von der Brücke. Ist egal. Ich glaube, wir sind ja schon recht gut dabei. Jetzt gerade beim Unternehmen. Ja, musst du wissen. Ich klette hier mal rüber und gucke, was da ist. Oh, 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 oh. Das tut weh. Aua. Über mir? Nee. Ich kann es nicht. Kannst du dich nirgendwo verstecken. Oh, der kommt wieder V1. Ich glaube, die geht hier drauf. Ich bete einfach. Nee, die zwitschert vorbei. Die geht zu B. Ey, da war doch gerade einer. So, D ist eingenommen. Alter, ich bin immer noch zweiter Platz. Was ist denn los? Wer kommt hier bei mir? Ja. Hab ihn. Verteidigungs-Skill. Hä? Steps sind doch übel wichtig geworden. Ja. Du kannst richtig krass die Steps hören von Gegnern. Aber die halt auch deine. Ich bin noch ein Feiermann. Wow. Wo bist du? Das ist nicht normal wie die campen, Allah. Da oben drin, oder was? Ja, der ist aber runtergehüpft. Ja, du kannst mich hochholen. Ich weiß nicht, wie ich da reinkomme. Ja, Grobi kommt schon. Grobi hat's. Wie er da rüber slidet. Hat mich, hat mich, hat mich. Alles gut. Ich scheiß halt immer drauf. Ich mach halt immer richtig Rechtsklick gedrückt halten. Instant. Weil man kommt dann meistens... Ich würde sagen, durchschnittlich kommt man schneller wieder rein. Aber die Stats sehen halt dann kacke aus. Jetzt können wir echt wieder zu B rüber. Sag ich doch, Alter. Aber wir haben drei fahren. Die eine. Oh ja, das sind einige. Scheiße, Alter. Wow. Okay, die haben Panzer. Churchill Crocodile. Fuck. Jetzt ist der Laden richtig dicht. Kann mich wer hochholen? Oh. Alter. Okay. Ja, scheiße. Muss ich halt irgendwie versuchen, mit Sturmsoldaten nah heranzukommen. Oh, ich hab Panzer. Ein Tiger. Ich hab Tiger, Kalle. Ich hab Tiger. Ja, ohne Witz. Das Ende jetzt. Hoffentlich komme ich noch rechtzeitig zur Front, Alter. Ich bin der Kalle und ich bin auch dabei. Ja, geil. Ohne Witz. Wenn man mit denen da hinkommt, wir können da forever stayen. Forever, ever. Spawn jetzt in mir drin. Ich bin doch schon drin, Alter. Echt? Wohin? Guck doch mal raus oben. Geht so die Klappe auf. Alter. So, hast du dich jetzt gesehen? Ja. Ja. Vielleicht werde ich hier wieder weggefallen lassen. So, wir gehen zu B, ja. Alter, das klort. Nee. Von hinten. Warte, ich repariere dann erstmal, ehe wir um die Ecke kommen. Was? Ja, wir sind hier ein bisschen Feindgebiet. Oh, das ist ein Wandel. Guck mal. Hast du nochmal repariert? Ja, ja. Ich smoke hier erstmal. Hä? Wo war... Ich hab... Der stand genau vor uns. Ja, ich ralle es halt nie. D wird auch wieder eingenommen. Also ohne uns läuft hier gar nichts. Ist das, wie es ist. D? Da holt's dich mal rein. Ich bin auch hier nebenan, Alter. Ja, wir müssen halt ein bisschen weg von so Close-Combat-Scheißen. Wo fährst du denn hin? Immer mit der Ruhe. Ich bitte drum. Wieso kann ich nicht reparieren? Oha. Ja, der hockt da drin. Oh fuck, vor uns ist ein Panzer. Ich repariere mal. Ja. Der Ding ist, der... Also im... Eigentlich hat der keine Chance. To be honest. Gegen Tiger. Ich muss ihn nur sehen. Wissen wo. Da ist er. Da ist er. Hab ihn einmal. Oh, ich hätte ihn geschossen. Hab ihn nochmal. Ja, der macht keinen Schaden auf uns. Okay, der schießt irgendwie schneller. Wir haben nur noch 17. Ja, raus, 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 raus. Der macht keinen, der macht keinen. Hä? Ja, ich glaube, das war der nicht. Weil der hat doch übel aufgeschossen. Ich glaube, das war irgendwie mehrere Scheiße. Weil ein Tiger hält frontal so viel aus, kannst du mir nicht erzählen. Hä? Ich bin da drin? Ja, ja. Ist da oben am Rand? Ich schwimme jetzt zu B. Ist sehr belohnt. Wir haben gleich... Ey, diesmal ist er aber knapper. Also, es war immer noch kacke, Allah. Hab einen. Wollen wir den noch nehmen? Ich würde gerne zu B durch. Ich hatte da so einer drin, da ist einer drin. Ey. Also, manche sind halt wirklich Legenden. Bin ich ehrlich. So wie die einen wegzusch... Danke, Allah. Oh. Was war das denn? Ich bin im Wasser gelandet, weil ich dich geholt hab. Und dann ist er einfach rein gejumpt. So, jo, ich geh mal baden. Hä? Sein Anhänger hat meinen Schuss geblockt. Das ist doch nicht der in Ernst. Ey, ohne Witz, dein Kack ange... Der Panzer hat einen Anhänger. Und der Anhänger blockt meinen Schuss. Und ich mach keinen Schaden. Von der Rakete. Unangenehm. Ja. Tödliche Wunde. Merk ich. Niederlage. Ja, aber war eine sahnige Runde, Carla. Ja, hat eigentlich was gemacht. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Allah. Ciao. Ciao. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017